und damit herzlich willkommen zu einer weiteren episode von baldur skate 3 ja nachdem die uns hier vorher versucht hat umzubringen wollen wir hier mal weitermachen und zwar ich habe mal ins questlog mal reingeschaut es ist warte mal karakterbuch zauberbuch tage tagebuch und zwar haben wir hier die hauptquests bezüglich dem heilmittel und ich glaube ich würde es mit tantchen etel tatsächlich mal probieren dass man zu ihr hingehen ruinen retten ist aus dem ding und dann hätte das mit der krippe noch ansonsten sollte man noch mal warte mal mit arabella reden das ist das kind was weg gelaufen ist wahrscheinlich mal was treffen erst mal raus hier also knallhart ist jetzt reden moment mal hat es hier ich muss mal ganz kurz auf die karte gucken es ist alles wenn die kamera naja doch ist schon richtig wir müssen darauf jetzt ist die frage wo ist das kind aber mal ganz kurz was haben wir hier sprich mit so du finde so du gerät zu zeflor zurück keine ahnung umgebung schwierig oder ist abella da noch unten nee oder einfach nur eingangs markierung wo ist das kind hin was ist denn hier oh wow das ist voll weit weg und das ist rette den druiden was wird hier noch markiert sind ja aber das eltern also es ist doch da unten das wollte ich nicht aber gut weiß ich dass das auch geht finde die eltern ich hoffe wir sehen uns unter besseren umständen wieder ich habe eine tochter gerettet habt ihr nicht mehr als dank für die böse enden können behaltet sie ab jetzt im auge aber wenn es sichere eltern sind für uns eigentlich dankbar du erhältst was auch immer das ist okay schauen wir später noch dann gehen wir mal zur tonne schauen ob das was wird spätestens morgen sind wir da ja es ist nur die frage welchen weg wir dafür nutzen ja das tor ist zu ähm geht das auch wieder auf oder äh wie ist jetzt da die situation oh ja äh danke also curry tante ist da unten da geht es nirgendwo weiter halt welchen wege nutzen wir da hinten vielleicht also nach vor und so ähm so in die richtung glaube ich oder kommt das hin ja so plus minus dann bestimmt in der park gegner oder sowas reinlaufen ja es geht da vorne ab ja öffnen oh kartoffel weiter mit ja passt oh möchte ich da weiter gehen karte nochmal checken ah ich glaube ich muss da hin plündern das nehmen wir mal mit Liebeswerkzeug fallenschärferwerkzeug oh ja ähm schriftrolle mit toten sprechen nehmen wir mal mit nehmen wir mal mit kampfstab lederrüstung ah nehmen wir auch mal mit alles mitnehmen naja das brauche ich nicht das nehmen wir mit nehmen wir mit oh ja lebensmittel her damit dolch nee äh gold goblinbogen goblin gemälde 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 hm ne weiter gehts wo gehts da hin ähm da kann ich nicht runter oder oh doch ich kann aber gehts hier einfach nur nach unten oder gehts da weiter okay ich kann den ganzen spaß da ist jemand da ist jemand die 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 sind die die was zum die hat und die hat Blut an ihren dingen Soll ich sie beschuldigen? Sie hatte Blut dran. Wir brauchen sie halt. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir brauchen sie. Ist vermutlich falsch. Oh, it's a fight. Oh, let's go. Und jetzt werde ich auf... Was ist das denn zu? Wieder wechseln. Oh, Interface. Was? Nein! Ähm... Ja gut, du hast Holz. Da kannst du sonst nirgendwo hin. Zug beenden. Also machen wir hier Hexenpfeil. Ja, auf ihn. Oh, geil. So, du bleibst mal hier stehen. Zug beenden. Ja, hau ihn mal. Äh, kennt ihr das ja mal hier, die es hier erwähnt haben? Also, Interface Change wieder. Ey, das geht echt, echt nahtlos. Sehr geil. She's their little sister. And she's staying with me. Oh, fuck. This is all my fault. But I made a promise. Marina begged me not to breathe the word if they came looking for her. And my word is my bond. That poor thing will be distraught. We can't let her know it would break her poor heart. I'd best get going, but please stop by my house. I'd like to thank you proper. Ja, bitte, indem du mich heils. Okay. So, Cooltarm, Feuerwasser, Einlagervorräte. Packbeil. Okay, was ist mit dem anderen Typen? Kein damit. Mistgabel. Zerfletterter Brief. Nö. Na gut, weiter geht's. Ah, welche Richtung? Hm, vermutlich geradeaus. Was ist jetzt? Bromir-Letsch? Hm, Zabra kann ich ohne die Magie nutzen, um Störung zu finden. Bonus hinzufügen. Und dann tun wir mal würfeln. Oh, 15. Ah. Will ich das nochmal machen? Nee. Wettbar, dass ein Hinterhalt ist. Was ist hier drin? Apfel. Ja, her damit. Was? Fallen? Hallo, Schaf. Äh, Richtung. Nein, das wollte ich gar nicht. Richtung. Was ist denn hier? Ähm. Ich würde sagen, wir gehen da lang. Oh, geil. Wiegpunkt. Äh, wir gehen geradeaus. Äh, was ist das hier? Kann ich hier was machen? Verwenden. Äh, das schreit nach Falle. Ich würde sagen, wir klopfen da mal, ha? Öffnen. Äh, das ist das hier. Dad ist das hier. Und ich will, wieg das hier. Und ich will, wieg das hier im Schaaf. Äh, das ist das hier. Ja, Herr Eiffel, bitte. Irgendwas ist hier sehr fischig. Ihr habt ein interessantes Heim. Schön, dass ihr eine sichere Reise hattet. Wärt ihr alle Gäste so schlecht? Wow. Ich glaube, ich sage es ihr. Einfach zu schauen, wie Sia dann darauf reagiert. Ähm, sie muss mir eigentlich helfen. Sie ist böse. Aber wenn sie mir hilft. Ähm, ich meine, wir haben es ja doch erzählt. Ja bitte. Was? Wir verlieren ein Auge dabei und was ist mit meinen Kollegen? Oh, war was zum? Ja, das war wohl nix. Äh, was sagt Questlog jetzt dazu? Tagebuch. Ähm. Etel hat den Preis für Hilfe genannt. Einer unserer Augen, in den... Hm. Wette den Druiden. Oder halt das mit der Krippe. Sollen wir es mit dem Druiden probieren? Aber das war halt... Das wird halt blutig enden und dann ist so nicht mal klar, ob er uns wirklich helfen kann. Aber was ist denn... Hm. Ist doch du. Wo ist denn das mit dem Druiden? Das ist hier oben. Das heißt hier den ganzen Weg wieder zurücklaufen zu dem Gebiet hier. Ah, ich will einfach kein Auge verlieren. Nö, 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 nö. Jetzt machen wir nicht. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen eine böse Hexe. Und das war jetzt... Das war ein bisschen fischig da. Aber nicht unsere Angelegenheit. Ah, ja, gut, Stellreise. Kann man eigentlich hier noch woanders hingehen? So, vielleicht zwar als Abkürzung. Einen Erdhaufen. Ja, ist klar. Okay, also hier geht es nicht weiter. Wieder Retour. Einfach den gleichen Weg gehen. Dann wissen wir, dass der weitestgehend safe ist. Ich könnte eigentlich nicht einfach so ein Schaf mitnehmen und verkaufen. Haben wir einfach so gefunden. Hm, 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 hm. Da hat es doch einen Weg. Kann ich das einsammeln? Oh ja, Bermut. Und... Da hat es Essen. Alles klar. In der Pause werde ich mal das Inmetau mal ein bisschen aufräumen. Und einer meiner Begleiter wird sofort donnern. Kann ich es mitnehmen? Ja. Die ganzen Sachen zu tragen. Ich sehe nichts. Ah, Koblenz. Könnte ich einfach vorbeigehen? Das sieht so aus. Karte, wo bin ich? Oh, ich glaube, ich gehe einigermaßen richtig. Ähm... Hier runter. Ähm... Da nach links. Ne, ich glaube geradeaus. Und von da hinten kommt irgendwo Musik her. Ich glaube, ich muss da runter. Warum auf Überleben? Sind sie da unten? Ja, die sind da unten. Das wird... Oh, shit. Ich glaube, das wird nicht gut enden. Das ist alles, weil ich mein Auge behalten will. Wo geht es da hin? Arsch wieder... Ne, da geht es nirgendwo hin. Oh, shit. Alter, will ich das wirklich tun? Wann da? Unless you got another reason to be here. Feck, shite. Let's try to be diplomatic, shall we? Goblins don't come by the handfuls. By the dozens. A strange symbol glow is marked on their flesh. And something within you stirs in response. Ähm... Eliti, die Weisheit. Macht Platz. Entschuldige, ich bin ein Sölder. Mein Auftraggeber ist da drin. Natur. Herrlich glänzendes Feld. Wenn Sie zur Rasse der Nordinland vorgehen, täuschen. Eure Anfahrer hat mich herbestellt. Gedanken wahrnehmen. Die Gedanken des Koblins lesen. Ich mach mal das. Ähm... Gut, dass wir göttliche Fühlung haben, ja. Ist grad so gut gegangen. Ey! Ey! Easy, lads. We got a true soul coming through. I don't know any housing, your Ex-Helness. Oh, one of them thieves. If he ain't dead, he's in the pits with the rest of them. Down in the pits, no less. Sounds ominous among creatures that love blood sports. Better step to it. Ähm... Ja, was aber rett mich. Oh. I'm sure the higher-ups will make sure you get the best of the spoils, your Ex-Helness. The boss is in the temple inside. Midara too. And... And priestess Gutt can show you how many new recruits we got. Allet... Nooo... Okay, ich kann jetzt mit allen einmal reden. Was hat sie dazu zu tun? So, the temple allows us to influence others. How very interesting. Don't get too excited. The influence comes at a cost. And until we know what that cost is, The only reasonable approach is a cautious one. Ist ein Argument. You need to manipulate people. Make them bend your every whim. And you'd be cautious about it. That's no fun. The thing is... Also, the thing is... Also, the thing is just very... ...praktisch. Also, I would like to hold it. But I would like to do that. I don't want to move on. So, the power of the Manipulation could be nützlich. And if they our Gegner form, the way they make, the way they are better. If the power of the Parasiten are coming, can't they not trust them. So, nützlich they may be. Seltsame Zeiten. And still seltsame the power of the power of the Manipulation. We should try to understand them. Ehe we best of the decision to meet them. Yeah. Sensible. Okay. Das war's Gespräch. Ciao. We're going to go down. Oder verwandt man uns schneller, wenn wir das öfter nutzen? Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others. Only infinitely stronger. And turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman, with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prison. And you will be worthy to stand beside them. In my presence. You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows, my forces gather, the reckoning goes. Alles klar. Und der Pellismer. Das ist ja eine Erklärung, schuldig. Was habt ihr da für ein Ding? Ähm, ja. Überzeugen, aber bestimmt nicht nichts. Bitte sagt mir, was ihr wisst. Ähm, würfeln. Komm, los geht's. Yo. Hat funktioniert. Ich denke, wenn wir zusammenarbeiten, können wir sagen, kann ich dir sagen. Ich bin Shah. Meine Haus ist ein secretes Kloister in Baldur's Gate. Ein Grupp von uns wurde verabschiedet für den Artefakt. Jetzt bin ich der einzige. Ich kann nicht mehr sagen. Ich kann nicht mehr sagen. Ich kann nicht mehr sagen. Ich kann nicht mehr sagen, dass wir unsere Erinnerungen verabschieden können, so dass wir nicht verabschieden können, Schaar zu verabschieden können. Wenn ich meine Kontakt in der Stadt in der Stadt habe, werde ich meine Erinnerungen verabschieden können. Bis dann, muss ich den Artefakt mit meinem Leben behalten. Da. Du hast die Wahrheit. Für alles, was es verdient. Wir gehen. Es ist mir egal, wenn ich arbeite, erzählt mir was über das Artefakt. Ich wollte keine gemeinsamen Sachen mit einer Schar-Jüngeren machen. Ja. Ich glaube nicht, dass du so pragmatisch reagieren würdest. Vielleicht sollte ich dir später gesagt haben. Sie war halt draußen. Jetzt sind wir mehr Zugriff, da warte ich mehr Ehrlichkeit. Lassen wir das vorerst dabei. Jo. Gut. Diese Präsenz, glaube ich, wird uns noch öfter nerven. Gärt mal das. Wo ist jetzt der Druide da? Oh. Okay. Hm. Okay. Hexenmeister. Ach du Scheiße. Ja, hab's hier nur... Warte mal, Karte. Problem, ich muss noch da oben. Okay. Aber aussehen tut's lecker. Komm doch. Einschüchtern. Gedanken wahrnehmen. Gedanken untersuchen. Ich muss es selbst zuerst angreifen. Geht nach hinten los, oder? 15! Oh, scheiße. Ja, was bitte hinzufügen. Ähm, ja. Bitte, 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 bitte. Ja. Inspiration. Einmal noch. Wird's noch härter? Juhu, geil. Das war aber das letzte Mal, dass ich das machen kann. All right, all right. Normalerweise, wir stecken euch foreign-types in der Spide. Aber die absolute sagt, wir sind alle schön. Also, wenn du gehst, ich glaube. Bloody Racket. Ja, also das mit dem Reingehen war ja noch ganz gut, aber wir kommen ja mit dem Druiden wieder raus, ohne dass jemand was sagt. Ich trete dir, wir sollten ja mich an. Ja, müsste ich zweimal sagen. Ja, also wir dürfen hier echt keinen Scheiß bauen, weil wir kommen ja sonst nicht wieder raus. Das ist der Oberbos da unten. Karte? Findet so, sprich mit so, suche ich das Gummeln und nach Hellsinn. Hätte ich ja gar nicht reingehen müssen, oder? Wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Was haben wir... Oh, was ist da unten? Kann ich da auch... Kann ich da auch... Ist verschlossen. Was geht hier ab? Alles klar? Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, okay. Ich könnte natürlich damit jeden quatschen. Scrooge. Gehen wir mal auf die andere Seite. Gehen wir da irgendwie nach hinten. Gehen wir mal auf die andere Seite. Gehen wir mal auf dich. Gehen wir mal auf dich. Und die Parasite squirmen in deinem Skull. Dragonborn. Gehen wir mal auf seine Hälfte, und die Bile in seine Hälfte. Die Visionen schlägt dein innerer Augen für einen kurzen Moment wieder. You see the Hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The Hobgoblin's eyes gleam hungrily. I guess it doesn't matter what you are. You're a true soul. And that's good enough for me. He doesn't speak his next words. Yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Will ich das wirklich tun? Das ist ein bisschen gefährlich. Hmm. Was? Das ist der, der mich gefoltert heiße? Normalerweise nicht. Nein. Was ist das für eine Zeremonie? Bleiben und sehen, wie es weitergeht. Ganz schlechte Idee. Absolut, says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it and we find who took that weapon. So settle in. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon, the absolute seeks. It's the artifact that she carries. Oh, das war das. The same way the protected genius who entered the Goblin camp. Her mind focuses. Their suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. Oh, fuck. Okay. Shit. Was mache ich jetzt? Also gut, möge die Zeremonie beginnen. Die Leiche begutachten. Das ist der Gedanke, der dich gefoltert hat. Ich kann den doch jetzt nicht angreifen. Dann sind ja alle hinter mir her. Abwenden. Dein Skull zizzle mit Ruxlinn's Displeasure. Seine Mache ist still, aber du hörst seine Demand. Ich spreche für das Absolut. Und ich sage, du bleibst. Oh, yes. Oh, yes. Das war jetzt irgendwie klar. So, wir gehen mal wieder auf die Tastatur. Was machen wir? Hinterhältiger Angriff. Wenn ich im Vorteil bin. Versetzende Kreatur, verlachen, in Zustand liegen, ohne dass ich aufstehen kann. Gelächter, 40, 50. Jetzt bei ihm, 35. Wir probieren es mal. Yes. Ein paar Bonusaktionen. Bonusaktionen verstecken. Wo gehen wir hin? Ähm. 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 Ja. Kriegt er nämlich nicht sehr viel. Aktion beenden. Ja, das war klar. Alter. Alter, was? Ja. Ich glaube, ich kann wieder laden. Ja, da hinten kommen die Nächsten. Ähm. Ja. Okay. Nö. 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 Autosave. Ist das erst draußen gewesen? Ach du meine Güte. Ah. Ich meine, das war so offensichtlich. Ich bin da mitten bei den Typen hier drin. Und, äh, will angreifen. Da sind natürlich alle gekommen. Ist, ja. War irgendwie logisch. Ei, ei, ei. Gut. Ich würde sagen, ich mache da mal einen kleinen Cut. Und ich werde mal draußen nochmal schnell alles abgehen. Und wenn ich ihn da finde. Dann schneide ich für euch da wieder rein. Ansonsten treffen wir uns innen drin wieder. Also. Bis gleich. So, dolly. Wir sind wieder da, wo wir vorher gewesen sind. Beziehungsweise nicht ganz da hinten beim Gespräch. Aber wir können es jetzt nochmal probieren. Das ist das zweite Mal, dass ich hier gecheatet habe. Also cheat im Sinne von Spielstand laden. Äh, ja, ich sehe. Wie habt ihr Spaß? Ich will mich erst auf den anderen Seiten hier umsehen. Das sieht nach voll aus. Hm. Okay, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, dass wir hier in das eine Gespräch reinlaufen. Komm ich da rauf? Jo, und bringt mir gar nichts. Okay. Lass es mal wieder runter gehen. Kann ich einfach vorbeigehen? Einfach vorbeigehen? Einfach vorbeigehen? Ich kann einfach vorbeigehen. Okay. Okay. Sag mal. Du. Komm mal her. Äh, Aktionen. Äh, 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 äh. Was ist jetzt hier was? Aktionen, Käthezer, äh, nee, das wollte ich nicht. Kannst du hier nicht? Hm. Warte mal. Ich gehe mal ganz kurz wieder auf Maus und Tastatur. Schloss knacken. Äh, schauen wir mal. Oh ja, wo muss ich hinzufügen? Scheiß 20. Jau. Das war wohl nix. Ähm. Inspiration noch einmal. Komm. Das muss doch, das muss machbar sein. Ach, sag, Mann. Ah, nee. Ja, komm. Nochmal. Ach, das gibt's doch nicht. Ich will da rein. Ach, schu. Komm, nochmal. Ich will da rein. Einmal noch. Alter. Das kann's nicht sein. Ich, ich, ich will da rein. Alter. Nein. Hallo. Oh, weh, das lohnt sich nicht. Oh Gott sei Dank. Endlich. Oh. Okay. Es ist offen. Schatzkisten. Oh, geil. Alles lebt. Nice. Haben wir da noch mehr hier drin? Nee. Okay, dann werde ich gerne meinen Hauptcharakter wieder. Und ich würde dann gern wieder so steuern. Dankeschön. Geil, 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 geil. Wisst ihr was? Eine Sache. Okay. Da kommen wir nicht durch. Ich möchte mal kurz was probieren. Und zwar in dem Vorraum stand da jemand in der Mitte. Vielleicht wollen wir mit dem ja ganz kurz quatschen. Bevor wir uns auf das Gespräch hier einlassen. Weil das ist ein bisschen ungeil, dass wir mit ihm reden und wir haben das Artefakt, das wir suchen, halt direkt bei uns. Müssen wir unten rein? Da. Seht ihr da. Wie wäre es mit nicht? Was? Dieses Mal wird wohl... Ich lasse euch doch nicht einfach so ermahle. In meinen Fleischbrillen. A3. Dankeschön. Um... Äh, sollte ich das wirklich machen? Vielleicht kann ich damit helfen. Uns echte Seelen müssen nach einer anderen schauen. Wenn ihr die absoluten Willen möchtet, kann ich alles fixieren. Juuuuh... Ähm... Nicht das Gesprächsähne, was ich erhofft hätte. Na gut, du wirst was. Wir speichern mal ganz kurz. Dankeschön. Und dann führen wir das eine Gespräch da hinten. Und dann dürften wir eine Option mehr haben. Weil ganz am Anfang beim Tor habe ich... Äh, die... Jetzt katscht du nicht mehr mit mir. Schriftrolle mit Tod sprechen. Interessant. Hm. Ja, das können wir schon. Okay, gleich wie guter... Das ist... Da geht der Schank, der dich gefoltert hat. Normalerweise nicht. Nein. Aha, aha. Was? Moment. Ich brauche einen Heiler. Die Versorgung über der Gedankenschinder, den Parasiten. Ich schließe... Ich schließe noch eine Lücke in der Gruppe. Einen Heiler kann jeder gut gebrauchen. Lündern. Ne, machen wir nicht. Ich muss da unten irgendwie rein. Du bist... Guten Tag. Ah, ist so ein Mist. Und wenn ich da unten einfach reingehe... Finde ich dir das vermutlich nicht so geil. Kann ich mit dir reden? Hallo? Nein. Da. Nein! Ah, Spiel! Ich würde nicht da unten gehen, Mann. Das ist der Spide. Ja. Wo ist denn hinlaufen? Wo bist denn du hingelaufen? Hm. Warte. Ja. Ja. Da hinten irgendwo... Da rechts gibt's auch noch was. Stört das Heiligtum... Vollge... Bitte die Goblin-Kristin um Hilfe. Ah, das wird doch nicht gut werden. Moin! Oi, komm her! Are you ready to clear your head? Ja, was genau willst du eigentlich machen? Ja, es geht noch hinten los. Jo, also ihr... Kommt mal bitte mal nach draußen. Kommt ihr? Hallo? Ah, ich muss jetzt mal Rechner machen. Ah, mit Maus und Tastatur, weil ich gar nicht weiß, wie's geht. So, ähm... So, das wechseln. Kommt mal her. So, und dann bleibt sie ja da draußen. Auf ein neues. Jo. Und ich mach das. Ich will nicht jemanden peepen auf private matters. Also... Da geht's. Secret und sicher. Well... Secret? Psyonik feelers creep across your mind. Like a pickpocket's fingers, Seeking flaws in fabric. Hm... Yeah. So, slippery in there. What are you hiding? Hmmmm... Image of the mind flayer reaches out to her from her memories. Helps! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. Ehhhhh... 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 Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy though. Ehhhhh... Was for a run habt ihr genau, ja? It involves you putting your trust in the absolute. Simple. You won't regret this. Being a true soul. You know the absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It will purify you. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a potion of sleep. I ain't deceiving nobody. I'm trying to help. Ich hab Jörg gespeichert. Machen wir's mal. No risk, no fun. Sweet dreams. I'll see your ruckling mug on the other side. Was nefali? Wakey, wakey. Don't bother struggling. You ain't going nowhere. The absolute wants to know all about that critter in your head. So start talking. Ich werde entführt. Ein Gedankenschinder hat mich mit diesem Ding infiziert. Ich weiß gar nichts. Mein Gedächtnis ist noch genug besser als das. Was, Alter? Warte mal an Leiche. Ich weiß das viel. Ich habe die ganze schreckliche Geschichte in deinen Erinnerungen gesehen. Und ich weiß, was nächstes passiert. Deine Haare fallen aus. Deine Haare fallen aus. Deine Haare fallen aus. Deine Haare fallen aus. Und du wirst einen von ihnen. Dann verhindert er. Es heilt mich. Ja. Stop it. Why would I want to do that? I'm gonna keep you here so I can see every gory detail and hear every whimper and scream. Hmmmm. Hmmmm. Not likely. You're forgetting one thing. I've got the absolute to protect me. But you? You're on your own. Nothing more than a skin suit for that monster inside you. You're gonna be my new pet. A ferocious squiddy. All for myself. You test the weight of the chains. Looking for weak points. Hmmmm. Bin ich gut in Akrobatik? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh je. Oh. Sehr gut. Aber knapp. You slip free of the chains. Ja. Nichts. Ja. Ist jetzt nicht so gelaufen wie ich das eigentlich haben wollte. How. Wie soll ich denn. Ah nee. Ähm. Hallo. Hallo. Jetzt gehts. 75. Bist du. Uh. Ja geil. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ähm. Ja. Zug enden. Das erste. Der haut mich jetzt einmal und das war's. Der macht natürlich ausspurten. Was kann man denn machen. Das ist eigentlich total sinnlos was ich hier mache. Eismesser. Wie gehen wir hier mal weg. Und. Oh geil. Kritischer Vielschlag. Jo. Ähm. Weiter weg. Uh. Da hätte ich irgendwas machen können hier. Komm. Mach mich fertig. Ich würde sagen. Das war ein absoluter Fehlschlag. Ja. Rot mich nicht. Ähm. Na. Wommen. Mach doch ein bisschen mehr Auer. Ähm. Ja komm. Wir gehen nochmal weg. Und dann haust du mich. Ja. Der macht mega fett Schaden. Jetzt habe ich noch drei Punkte. Ich habe zwei Tränke. Er wird mich dann abholen. Da auch hauen. Das kann ich gar nicht gewinnen. Oh. Shit. Liebe Leute. Ich glaube. Ich lad das nochmal. Und. Ja. Es war ja schon irgendwie klar. Dass es mit der Priester nicht funktioniert. Was ja auch keinen Sinn macht. Weil ich meine. Sie hat ja auch das Teil drin. Und sie. Ja. Dann ist aber trotzdem die Frage. Wie können wir den Druiden da unten rausholen. Gute Frage. Gute Frage. Irgendwie müssen wir da unten rein. Am besten. Dass sie uns reinlassen. Ohne dass. Dass wir halt irgendwie Gegner von ihm sind. Ha. Muss ich mir überlegen. Schwierig. Wir haben nicht wirklich. Progress gemacht. Und wenn es so weiter geht. Wird meine Story ziemlich spannend werden. Wenn es euch spannend hat. Lass den Daumen nach oben da. Und dann. Sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis bald. Ja liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen. Wenn ihr natürlich hier unten. Kommentare reinschreibt. Wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel. Findet ihr hier. In dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload. Hier oben. Und wer möchte. Kommt auch auf unseren Discord Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.